Was ist das denn? Ne, ne, der hat die Räder unter. Der muss die Räder draußen an dem Flügel. Ne, ne, Bomma, die hat die Räder unter dem Flügel. Das ist ganz, ganz interessant. Die Räder hat sich in der Mitte, der im Flügel. Das ist alles, wie man die Räder dritten hat. Die Schmerz hat sich in den Flügel. Die Räder hat sich in den Flügel. Die Schmerz hat sich in den Flügel. Die Schmerz hat sich in den Flügel. Die eine kommt gar nicht hin, du. Die Fabian macht nur alles noch mit dem iPhone und hat fantastische Blöde. Die glauben das immer alle gar nicht, ne? Die fragen dann immer bei Instagram, mit was er mir hier mit mir gerne. Auflösung von der Herr schreibt er mit dem Gast im Mann. Hoffentlich ist das Neue dann auch so. Ist ja das Neue. Ich kann nicht mehr sehen. Was ist vor? Das könnte aber Fabian sein, der jetzt fliegt. Das können wir. Und dann geht's ganz schön. Das ist die Verhandlungen. Das ist die Verhandlungen. Und dann geht's jetzt. Das respondent nicht. Das radische Handlung. Kann ich ja winken! Vielleicht sitzt ich ja dann vorne und winken oben. Das ist so cool. Das ist schon oben, dann. Ich kann gerade probieren. Das ist gebaut und die waren nicht mal nett. Da sollen die ja hin, ne? Die neuen sollen ja da hin. Die Anschaffung verlieren. Die hat ja damals gekauft, egal wie teuer sie werden. Da haben wir so einen passenden Vertrag drin. Die müssen 15 Maschinen abnehmen. Aber die haben ja mal geschrieben. Kurzfotten lassen. Kurzfotten lassen. Kurzfotten lassen, ne? Ja. 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 Nee, da waren wir noch. Ne, jetzt geht er wieder hoch. Vielen Dank. 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 Tschüss. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.